Ja, haste, Junge. Hatred hast du aber nicht an, ne? Doch. Echt? Aber ich krieg... Herold auf Eis hab ich an. Ja, aber Hatred nicht. Ich hab kein Hatred. Achso, ich dachte, du hast Hatred. Ja, du hast Hatred. Nein! Warum nicht? Ich hatte eben schon Herold auf Eis und du meintest, du hast Hatred. Ich hatte Herold auf Eis. Nein! Du meintest, Herold auf Eis hab ich noch nie gekriegt. Ja, dann hab ich Herold auf Eis gelaufen. So low, Alter. Was sind die denn hier? Ah, kommen wir in die rein, toll. Warum nicht? Boah, Schlüssel von der Eulen. Den kriegen wir, wenn ihr ihren Süßen hinterfinden. Was ist klappt? Ne, wie ist die im Kreis gelaufen. Oh God. Ich folge dir auch noch. Bist so low. Ich bin so low. Schlaf bestimmt... Exalted of the Pitchy und die droppt dich? Nein, die droppt auch. Nice. Guck wie lange... Da, jetzt ist er wieder ganz weit weg und ich krieg hier die fetten Mob Packs ab. Oh, Strongbox, easy, oh, oh, Exalted of the Pitchy. Oh, ja, du kannst ja mal probieren, ob du auf PoE Trade Erfahrungspunkte kaufen kannst. Bist du da um? Nein, du bleibst doch hier voll die komischen Wege. Ich? Ich bleib auch hier lang. Du läufst da hinten irgendwo hin. Ich bin hier. Warum hast denn du jetzt kein Hatred? Weiß ich nicht. Dann würden wir ja viel mehr Schaden machen. Soll ich Hatred? Oh, okay. Weiß ich nicht. Eine Hatred, eine Helle nach Eis. Was ist denn das denn für ein Leck? Was ist denn diese Kacke? Kacke, ja. Hast du eigentlich Mana Probleme? Hm, na, es geht, ne? Eigentlich nicht. Aber musst du schon nur noch Flass benutzen, ne? Ja, ja. Das auf jeden Fall. Das ist halt auch ein bisschen reserviert, nur jetzt. Oh, guck mal. Oh, ich hab den Weg wo mich angeklickt. Alter Maul. Mit Schmerz. Der Arme. Rette ihn. Rette ihn. Schon nicht schlecht gemacht, dieses Geschreie. Sehr gruselig. Ja. Kann nur wen vergleichen. Oder Levelboxen, nennst du ja. Tadaa. Wie bist du jetzt? 38. Das ist 24, ne? Da steht er da. Wie will er denn? Ich will auf jeden Fall weg. Ach. Scheiße. Der Droppe ist im geilen Scheiß. Ja. Mit vor allem gleich sauernd boxt dich an hier an. Oh, ich nimm schon mal das Quest. Ich bin so glücklich, dass du es geschafft hast, meine Frau. Hey, Junge. Was ist das für ein Puff hier? Oh, da kriegt er gar nichts mehr für den Kampf. bring to Clarissa watch yourself oh hatte die irgendwas? hello schlüssel oh warum wollte ich die nicht bekommen? hello see you see you ach what will der denn hier? hier kriegt man einen Stein ach Hatred kann ich direkt mal mitnehmen wieso zeigt der mir hier noch was an? in der Stadt hat was weiß ich Noob oh mit ihm geredet Torn Torn Ike man warst du da noch wir sind in den Slums ne ne 7 7 7 7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 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 6 6 5 7 9 9 10 10 10 11 11 7 11 11 11 13 14 14 14 15 Das ist was grünes. Warum steht ihr so ein Venusportel? Ey. Ja, da solltest du dich importen. Götti geblockt. Scheiß blauer Mock. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, ich kann langsam weitergehen. Schnell weg. Ich möchte dich oben annehmen. Ja. Hast du noch ein Ausruhezeichen? Ich hab zwei jetzt angenommen. Ja, ja. Essenz. Kriegt er die? Ja. Kriegt er die? Revenge. Ridiculous. Du bist noch nicht von Larry. Ja, wenn diese F***er mich nicht hier blocken, ey. Oh mein Gott, ich will so verrecken. Hör drauf, halt. Die sterben. Aber der gelbe nicht. Ich bin Level 23. 24. Eieieiei. Und du? Eieiei. Kann ich ja nicht sehen, wenn ich über deinen Arm gehe. Ich auch nicht. Ja, 24. Ich will ja ein bisschen töten mal. Oh, töten. Ah, guck mal, das ist ein Ausrufezeichen. Aha. Boah, diese Mockmassen hier wieder. Ja. Ach, ja. Der Ecke ist ja dabei. Die Geli natürlich. Hehehehe. Pst. Hast du was anderes erwartet? Eee. Eigentlich nicht. Oh, die schmeißen die Sachen da unten, Alter. Ja. Schau mal, dass ich hier ein paar Krassplates machen kann. Schnell weg. Oh, ich bin hier so rum. Schnell weg. Schnell weg. Ich bin ein Waypoint. Riegel. Also, das kann er kaum. Ist du da rein? Nee, ne? Weiß ich nicht. Geh da rein. Geh da rein. Schnell. Pop da was auf. Was war denn hier nochmal? Hier ist ein Trial drin. Aber was noch? Ist hier ne Quest? Ja. Ich muss hier immer ordentlich hinsetzen. Nee, ne. Ist gar nicht. Ist da nix drin, oder? Und Katakunden? Ich glaube nicht. Äh, aber graus hier. Wahnsinniges. Boah, können hier nicht normale Mobs sein, dass ich jetzt in so einer Staffel runter gekommen bin bin. Ja. Ah, hier geht's endlich weiter. Ah, cool, Junge. Was will der überhaupt die ganze Zeit immer? Guck. Ich muss mal in meine Flas einwechseln. Ja, wechsel ruhig und bleib irgendwo stehen. Na gut. Ja, ne. So, hab ich gewechselt. Oh, wer ist schon wieder im Arsch der Welt? Ey, der überhaupt kapiss dich da einfach. Ich habe nichts mehr zu geben. Oh, ich hab den Waypoint nicht angeklickt. Nicht? Ach, Eike. Dir wärst du zu trauen, ne? Boah, du Arsch. LOL. Du Arsch, du bist ein richtiger Arsch. Gott, Fabian. So, hier müssen wir ein Quest-Item finden und den Wegpunkt. Also, Eike, macht dich an die Arbeit. Hey, Monster. Wir sind jetzt schon ganz schön weit über uns. Zicke. Aber ich wohne schon da noch. Okay, ein Geld. Ah, ich wohne. Oh ja, diese Mana-Dingue. Ein Komatiker. So, das ist der Wegpunkt. Und, den brauchen wir nicht. Ich rede. Oh Gott. Wow. Wäre so schön, wenn so ein Starker dabei wäre. Alles, wo wir nur mitrennen müssen. Alles für uns tötet. Wie schnell wir dann aufsteigen würden. Rekordball bis auf Level 100 Level liegt ja bei irgendwas zwischen 14 und 15 Stunden. Na aber nicht. Von 0. Doch. Eieieiei. Mit dem absolut besten Gear, was es gibt. Weiß nicht, kostet. Ja, an die 100.000 Exalted Ops wird das gekostet. 100.000 Exalted Ops? Ja. Wie kriegt man denn 100.000 Exalted Ops? Ja, das wird halt geschätzt. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich die Eifens hat, die sich wahrscheinlich alle zusammenlegen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich die Eifens hat, die sich wahrscheinlich alle zusammenlegen. Ja. Ich habe die Eifens hat, glaube ich auch gemacht. Nee, hast du nicht. 4 Stück muss ich nicht. Ich habe nichts mehr zu geben. Für die letzte Entschuld. Nein. So, einmal zurück. Ein ganzer, ganzer, ist er voller Quest-Items. So, hier, was gibt es hier? Bei dir kannst du gar nichts abgeben. General Gavis. Was? Bei dir kannst du da auch nichts abgeben. Wieso? There is nothing else. Bei Maru-Moha. Ja, ich habe gerade das abgegeben, wo du schon den Hatred bekommen hast. Jetzt habe ich auch Hatred. Und now. Ja, ja. Jetzt kann ich Hatred auch einballern. So, was ist das jetzt hier? Giant, Giant, äh, Colossal weg. Colossal weg. So, der Rest wird verkauft, schnell. Talamoana Exile. Was? Das, der kann ich verkaufen. Okay. Aber noch alles voll. Äh, travel to the dogs. Was? Battlefront vor allem, ja. Battlefront? Ja. Okay. Gut, jetzt habe ich... Ja, ich habe eine 8% Mana. 8% Mana? Ja, ich kann kein... Frostblade benutzen. Hä, wieso? Ja, weil ich Hatred anhatte. Verlinkt oder was? Ja, aber das ist Hatred doch mit irgendwas verlinkt. Hatred sind mir nichts verlinkt. Hä? Hä? 8%? Bei mir macht Hatred 50% und... Herold auf Eis 25%. Herold auf Eis, Mana Reserve 42%. Ja, dann ist das verlinkt mit irgendwas. Ja. Ja. 42% hat er da die ganzen... Ja, jetzt habe ich noch 25%. Das ist gut. Ja, das ist gut, ne? Da habe ich überhaupt keine normalen Probleme gleich. Ja. 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 Es scheint, dass mir auch Gehen zu Ende genommen interesst Callum schon leidet. ... Höhööööö So da mache ich das nur ein? Ja, was? Ich habe das gesehen. Hör was. Oh Arcanist. Guck mal. Ist das ja dabei? Zum Verzaubern? Ist das so? Soll ich das noch Collect vor? Nee, jetzt habe ich halt weg. Nein. Was? Ist das denn so? Ah, das ist schon gar nicht. zu kippen ich habe nach dem Motiv mit dem Motiv stellen Prozent die Wahl auch von meinen er hat so hält tritt und herald auf eisern ich brauche zu viel mana was hast du denn rausgenommen? hatred läuft nicht hatred äh hatred zack aufhaft ich habe eine damage push aber auch ne man hat keinen mana recken ich will mal mit damage wenn man nicht zaubern kann beziehungsweise einmal kann ich glaube ich zaubern wenn ich das drin hab was soll ich denn hier jetzt sind wir attackieren was soll ich denn hier ja einfach mach ich ja ne weg lieber mach ich das so schnell ist okay der kommt uns hinterher ja ja klar ja der kommt raus hier nooo vor allem von was werden wir verfolgt von irgendwelchen Tüchern ach das ist ein blauer ja lass uns hier weg Tür auf aber hier sind grad noch schön viele Mops den killen sie die das ist ein blauer ja 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 nein 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 das ist nicht das ist so viel wir haben die auch nicht zu verfolgt von mir kommt hier auch nicht ganz hinten hin ja ja wow wow Oh 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 I'm so fast Yeah, you've been waiting until you live here Yeah That sucks really hard That's already hard Leave me Not a cockroach Take me I don't know Travel to the dogs We have to go there Search the dogs We are in the city Travel to the sewers We have to go to the sewers 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 Travel to the sewers I'm in the sewers We have to go to the sewers Oh shit I don't know what I'm wearing Oh I have to go to the sewers I have to go to the sewers But what? I don't know how to get the sewers Shit Ok Wow I could have used my sewers nicht benutzen kann so was machen wir jetzt hier ich überlege ob wir überhaupt schon sind hier von level 2 über uns dieser wägt da dieser wägt da ja ja Quatsch Level 30 Men like you Shall not inherit Rae-classed Chill to the Sun und Docks Na Docks müssen wir nur mit den Fairraves reden I have nothing more to give Ja und Chill to the Sun So wie er nicht stirbt Ach quatsch Ich? Ich habe keine Wäcke Ich habe keine Wäcke Blitz Ja wo 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 ich jetzt genau hin Hier, weiter Moment Kommen wir aber hier aus der Docks oder mir? Ne Docks machen wir morgen Morgen? Ja, außer die Levels alleine. Nee, ich glaub nicht. Du hättest mal für die Tür fangen können. Ja, ich hab draufgeklickt, aber es ist schon vorbei gelaufen. So, ich bin mal. Ja, das Problem ist, wir müssen ja dann machen mit unserem Main-Charts diese Sachen farmen, damit wir den da Club holen können, ja? Naja. Ja, wir können den ja hier, weiß nicht, zusammen hochspielen, morgen Abend wieder. Mhm. Und dann morgen wieder arbeiten. Für morgen Abend weiter. Was ist das denn? Da wollen wir nicht. Und... Weiß nicht, ich weiß auch nicht, wo wir sind. Das ist ja für 70 oder so, können wir den machen. Aber bis wir, naja, einfach bis ab 10 durch, oder? Der Fuhrensohn zieht mich hier zurück. Was bringst du denn da mit für einen? Da ist die Wahlzeit-Area. Soll ich schnell umlocken, dann kann ich meine Dings machen? Ja, ich könnte die auch machen. Echt? Ja. Aber wir können... Sollen wir? Nee, oder? Das ist voll das... Voll der Umständen. Okay, da steht da gerade so. Ich dachte, der Welsiker mit dir anzweiten. Die klopfte immer auf die Schulter. Hallo. Du... 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 Sollen wir das machen? Die Wahlzeit-Area. Dann wär die Scheiße weg, ne? Ja, dann musst du umlocken. Jetzt bei mir reinkommen. Dann muss ich umlocken. Bei dir wieder reinkommen. Und das gleich müssen wir dann auch wieder zurück machen. Das dauert. Ja, dann scheiß drauf. Machen wir morgen. Wir werden morgen noch einen finden. Das dauert heute. Ja. Aber warum sind wir nicht einfach reingegangen? Wir sind einfach nicht reingegangen. Ja. Wenn ja schon kurz reingehen können. Wir, der Endgame-Build ist nix. инки. Na... Dann bin ich drüber presentationsowner er wird ein bisschen wir sind ich wollte doch oder hatte ich auch gibt es mir eine Wo laufen wir überhaupt hin? Piti? Ja. Wir haben doch gar keine Quest für Piti gerade. Die wird automatisch schon freigeschaltet. In der Stadt redest du halt mit denen und die sagen dir ja, geh hier hin. Das überspringen wir einfach. Das ist krass, ey. Das ist krass. Ich bin halt so ein echter Speed-Leveler. Zumindest bis Akt 5, weil dann habe ich wieder keine Ahnung. Super Farbe. Wie viele richtig sind. Die werden immer weiter. Die werden immer weiter. Oh, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ah, ist die Halle. Ah, wir müssen ja auch ein bisschen nachholen beim Leveln. Oh come on. Wie ist Bt? die er lässt die Klo liegen die er hätte aufwerten können ich wusste mir nachher schon mal von morgen wieder aus guck sie mal ein paar Letzteres ich bin tot im Hardcore ja muss den neuen Charakter ich stehe mir im Portal Schade Schade Eke ich bin noch keinmal gestorben das Portal gestorben dafür muss ich nicht starten ja oh Gott irgend so eine Pitch hat da von Richtung geschossen was fällt der denn ein warum hast du dich zurückgeschossen ich schieße einfach mal ins Gesicht dann fallen die mal um ja 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 ne ja ne lästig immer was echt cool ja có war wie Köln bestimmt einfach ich muss sie wieder durchziehen die Kirche machen die Führer auswählen 736 Das macht ja nichts so zu schaden. Ich hab nichts mehr zu geben. Das sind keine Bloggeister. Okay. Die ist verrückt, wenn ich in die Stadt komme. So, jetzt kannst du hier mal reden. Be well. Charged, der stinkt. Probier ich da auch dringend. Dave Flurie. Dave Flurie. Dave Flurie, ja, den brauchen wir, das ist unser Ende. Have fun elsewhere. Now you must. Ah, jetzt mal gucken auf Skills da unten. So, sieben Skillpunkte. Was hab ich denn hier? Kann ich den Scheiß erstmal voll machen? WTF? 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 B ein zweit ...